Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dorn, das viele Lichtjahre von zu Hause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dorn dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Gemma da zuvor gesehen hat. Die sind wirklich heftig ausgestattet. Sehr, sehr viele Geschütze. Schneidstrahl, okay. Transphasentorpedowerfer, mhm. Traktorstrahl. Das ist alles am Start. Ich werde vielleicht festgehalten. Das ist vielleicht ungünstig. Was ist mal los? Okay, jetzt hätte ich das nächste fest. Der Raskawari ist jetzt nicht so effektiv. Die ist schon das erste Mal kaputt gegangen. Oh. Das Bio-Schiff auch. Haben wir jetzt hier alles? Da drüben sind nämlich noch Dinger. Irgendeine Sonde. Da. Wir haben ja eine kleinen Freunde. Kümmern sich drum. Wie sich das gehört. Das wäre. Ach da. Da kommt ja ein kleines Freundchen. Ja. Macht ja alles richtig so. Dürfte gleich hin sein. Genau. So. Machen wir hier noch die restlichen Dinger kaputt. Weg damit. Ja, wenn Thien besiegt. Ja, keine Ahnung, wie, wann ich das gemacht habe. Ich glaube, irgendwie wird das schon passiert sein. Gut. Da ist noch ein Faktorstrahl. Gut. Ich glaube, Geschütze sind alle tot, ne? Jetzt geht es nur noch um die Schiffe. Oh. Alpha? Das heißt, es gibt mindestens noch ein Beta. Das ist eigentlich nicht so cool. Jawohl. Das haben wir gut hingekriegt. Uh. Das möchte ich vielleicht haben. Okay. Es ist jetzt oder nicht. Let's beam away, Teams, to the following coordinates on board the Unicomplex before the transport window collapses. Äh, noch nicht. Lass mich mal hier ganz kurz noch was sammeln. Danke, danke. Jetzt aber. Okay. Es ist jetzt oder nicht. Yo. Wie lautet der Plan? Ja, wie meinen sie das? Ich werde jedes Team mit ein paar Starfleet-Gear beitragen, um unsere Lebenssätze zu masken. Niemand von uns wird auf Borg-Sensoren sein. Wir sollten uns unsere Destinationen erreichen, bevor sie uns beitragen können und uns in Sicherheits-Teamen Als wir es fertig haben, werden wir evakten unsere respective Schiffe und mit den Undin-Forzen regrouppen. Ja. Ich habe irgendwie Zweifel, dass das funktionieren wird. Das klingt zu einfach. Ja, verstanden. Los geht's. Du weißt, das könnte eine goldene Möglichkeit sein, um all diese Leute zu Habe es auf die Intrusion. Zu viel zu entdecken könnte ungewaltige Atenung bringen. Ja, aber ich bin neugierig. Das liegt in meiner Natur. Auf Oberflächensysteme zugreifen. Ja, mach mal. Oh, okay. Okay. So, the Borg Kingdom ran into the mirror version of Voyager. Sounds like their Captain Jane may have made them regret that. I can't say I feel sorry about it. Ja, ja, eigentlich auch nicht. Hier ist Sackgasse? Wenn ich das so auf der Map sehe, ja, hier ist Sackgasse. Okay. Das kann nicht so weit akzeptieren. Ach, scheint ja hier alles entspannt zu sein. In Simulationen. Das wird wohl schief gehen. Efforts to track and capture ISS Voyager successful. Borg casualties 23%. 98% of Terran crew assimilated during combat. Directive Conduct detailed evaluation of Captain Catherine Janeway. Objective Determine tactics and command ability necessary to defeat and evade Borg forces. Assimilation is not approved. Oha. Das ist wirklich interessant. My God. Things were a lot worse for the Mirror Voyager and her crew. 98% assimilation. Studying their Janeway like a lab rat to learn how to think and fight like her. Strange they didn't do that by assimilating her though. I suppose they wanted the pure authentic data unfiltered by algorithms and cybernetics interfaces. So far so good. The drones can't detect us. Dax to beta team report we're almost to weapon control captain good work commander proceed update me if anything changes Dax out Also Aha Noch eine Info in der Netzwerke. Borg-Kausualtien 100%, inklusive Borg-Kling. Kreation of new body for king is authorized. Explosion created a transdimensional breach, exposing the Borg-Kindom to multiple alternate dimensions. Wow. Sie hat echt gute Arbeit geleistet. Hmm. Do you think that transphasic Explosion was what exposed the Borg to the Ethereans? Could the escape of Mirror Voyager have been the first shot of the war we're caught up in? Das könnte durchaus möglich sein. Das würde mich zumindest auch absolut gar nicht wundern. Okay. Hier haben wir noch eins. Negotiations with Terran Empress Leta and Marshal Catherine Janeway failed, despite the threat posed by the Aetherean Concordium to both the Borg Kingdom and the Terran Empire. Assessment. Terrans will let our conflict with the Aethereans continue until both forces are vulnerable to conquest. Ah. Ah. Incredible. The Borg were so desperate, they tried to forge an alliance with the Terran. They negotiated with Janeway, one of their worst enemies. I have a feeling the Borg will resort to desperate measures to survive. Desperate and very dangerous measures. We need to stop this before they go scorched earth on us. Ja, ich denke auch. Alles kommt mir irgendwie nicht so burgig vor. Die Borg verhandeln? Ja gut, ja, haben sie schon mal getan. Ist richtig, aber einfach so? Da muss halt schon viel dahinter stecken. Dass die Borg sagen, jo, lasst uns verhandeln. besonders von selbst. Ich glaube nicht, dass die Dronen passiv sind. Ähm. Betatine zu Dax. Wir sind unter Attacken. Die Borg haben uns gefunden. So viel für Experimental Attacken. Defendet euch. Und be bereit, zu remodulieren. Entstanden, Captain. Betatine zu Eau. Ist jetzt blöd. Und überrascht mich natürlich sehr. Kumpel, Echo, könntest du mal aus dem Kubus da rauskommen? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Betatine zu Eau. Status Report, bitte. Weapon Control ist sicher, aber der Borg hat Tanaka geschlossert. Häng in da, Commander. Wir rescuen ihn, wenn wir können. natürlich. Fortifiziere die Position, wenn möglich. Wälde die Türen shut, wenn du musst. Alpha wird dich stärken, wenn wir die Schilden ausführen. Alles klar. Hier dürfte es nicht lang gehen. Ja, hier ist auch absolut nichts. Das ist die Energiebeam, die die Borg in die Vortex Unsere initiale Scans waren nicht konklusiv. Es scheint, ein Tremendes Level Fluktuation in der Vortex Korps. Gute Frage. Ich bin bereit, dass es nichts gut ist. Genau. Es sollte eine Kontrollkonsole in der Schammer vor. Wenn wir es finden, können wir mehr über den Beam und seinen Ziel. Vielleicht es auch schlagen. Das ist ein heftiger Strahl. Ob ich da einfach runterspringen kann? Nein. Ah, guck mal. Oh, ah, guck mal. Ja, machst es kaputt. Das ist sehr wichtig. Ne? Komaki? Hält sie sich ihr Knie? Macht sie tatsächlich den Gryphon? Den Peter Gryphon? Ist da noch so ein Ding? Da! Geht doch. Hier kommt jetzt ja auch raus gebatschelt, oder? Du bist alleine und nicht aktiv. Das ist okay. da geht weit runter. Oh. Das ist nochmal ein ganzer Schwung. so. Au. Habe ich jetzt remoduliert oder nicht? Ne, offensichtlich nicht. Der muss ausgeschalten werden. habe ich ihn ausgeschalten? Ich glaube ja. Okay, es hat gezählt. Aber was ist das hier für ein Strahl? Lol. Ist ich dein Ernst, oder? Kann dir mal einer kaputt machen? Du machst gerade nicht so sonderlich viel Schaden jetzt. Da kam jetzt der einzelne doch noch gelaufen? Ist ja frech. das Ding kaputt machen und die Drohnen. Gut. Energie sehen Sie sich das werden. Können Sie das näher erläutern, Captain? Es sieht wie die Borg versuchen die Vortex zu modulieren. Kontrollen. Von dem ich kann sehen, sie versuchen es expandieren. Okay, das ist definitiv ein Problem. Okay, Entschuldigung für die Pause das ist gut, aber wir müssen zuerst ihre Schilder herunterfahren. Ja, dann tun wir das. Ich muss da hin. Äh, da kommt schon Besuch. Na, schau mal einer an. Alle bitte auf einen Fleck. remodulieren ist immer so eine Sache. So, weg mit dir und weg mit dir. da. Was? Sehr schön. Ah, der steht auch wieder auf. Kannst gleich wieder hinlegen. Frech. Hä? Wo geht's denn da drüben lang? Da geht's weiter. Achso, das ist nur ein alternativer Weg. Ja, okay. Hallo? Sind hier noch mehr Feinde? Ich schätze ja. Ja. So ein paar. Au. Um die Ecke so ein Ding, ne? Frech. Da sind noch mehr davon. Ja, gut. Hier geht's auch nicht lang. Äh. Ja. Das war bestimmt auch wieder so ein Ding, oder? Natürlich. Jetzt nicht mehr. Sterbt. Widerstand ist zwecklos. Kennt ihr doch? Remoduliere. Also Dex. Jetzt macht Dex auch noch den Peter Kröfeln. Das ist doch... Ist das auch so ein Ding? Ja. Das hab ich doch schon so geahnt. Ja. Ihr werdet alle sterben. Mira Agar auf. Ah ne. Er hat's überstanden. Dafür jemand anderes nicht. Komm, machst die alle fertig. Ja. Ah. Okay. Oh. Oh, warte mal. Äh, bleib mal bitte am Boden. Das wär übel nett. Danke. Okay, gut. Ja, okay. Warte. Warte, fuck. Da ist so'n Aufweckdüüd. Äh, düüd. Äh, ein Aufweckdüüd. Kein Dut, ein Düt. Oh, shit. Äh, äh, remoduliere. Das war'n schöner Schuss. Oh, hier, die letzten paar. Kapute macht. Ne, irgendjemand muss da noch sein. Da. Jawohl. Na komm, mach die noch platt. Er hat's verdient. Sehr gut. Also, er hat's wahrscheinlich nicht verdient, aber als Burg ist er halt da Pech. Würde ich behaupten. Nun. Ja, natürlich. Tödet sie alle. Besonders den da. Gleich nachdem ich hier remoduliert habe. Hängel fest. und ausschalten schaltet ihn aus ok ah, verstanden, viel Glück Cap ah, ok Nummer 1 Nummer 2 Was passiert jetzt? Das ist schlecht Wo sind die anderen? Das ist sehr, sehr schlecht Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Untertitelung. BR 2018 Playstation